Fünf Stück waren es, ja? Ja. Fünf Gegner. Guck mal, wenn eine Waffe 50 Meter war. So einen zum Fenster, dass sie mich holen können. Siehst du da was? Ja, ich hab gesehen, aber unsichtbare Wand halt wieder. Ich würde mich auch mal umdrehen zum Fenster und gucken, ob ich da einen sehe. Ja, das ist doof. Ich kann derzeit nicht sehen, ob da jetzt in der Hoch läuft oder nicht. Mal runter gehen. Jetzt sind fünf. Wir müssen schon die Geduld zeigen und warten. Eins, zwei, drei stehen aber gleich vorne im Eingangsbereich. Vier. Wo der fünfte ist, weiß ich nicht. Guck. Ah, da war gerade einer. Ja. Ja. Ich kriege dich. Ey, ihr da. Schreibt, Markus. Der Markus. Nicht schreiben, weil wir wissen ja, wer wir sind. Schießen sie auch so, wenn wir gleich tot sind. Aber wir sterben doch nicht. Jetzt schießen sie auch. Ach, die wollen nur aufscheuchen. Hast du da einen Blick? Guck mal zum Fenster. Ja, ja. Ja, ne. Ja, nein, gelockt, oder? Jetzt noch zwei. Wollen wir nicht einfach weiterziehen und uns in Ruhe lassen, ey, nee? Du wolltest auf dem Server mit 40, Leute. Das ist auf jeden Fall Markus. Markus, dann die GF, ja, GF, D. Du musst das gleich in deinem Sniperhügel sitzen und mir von hinten den Kopf drücken. Sie hält nur zwei momentan. Ich weiß nicht, wo der Rest ist. Boah, ich bin der ganze Körper am Zittern. Ist das schlecht. Die da unten durchhutschten. Siehst du, dass man eher die Treppe hochkommen würde? Ähm, nicht wirklich. Ich sehe halt jetzt drei Stück. Eine auf die Mauer. Vier Stück sehe ich. Einer hat nur eine Axt. Einer hat eine Magnum und sonst... Ich glaube, zwei davon waren so halbe Bambis halt. Ja. Einer hat einen M4. Einer hat SKS und der andere... Gibt es halt noch einen Fünften, den ich aber nicht sehe. Nicht so cool. Gibt's zu, wenn unter dir was durchrennt in den Flur nach hinten? Ich weiß nicht, ob schon jeder durchgerannt ist. Okay. Da unten im Raum ist keiner. Ich weiß halt, unter der Treppe kann ich halt nicht gucken. Sind wir denn jetzt hin? Ist der auch raus? Die looten gerade den Tower und einer steht hier unten und sozusagen bewacht uns. Können wir runter gehen? Oh, ich könnte dir Feuerschutz geben. Er steht gleich, wenn du rumkommst, links. Ach, gehst du schon runter? Uh, das sind zwei. Ich geh mal rückwärts hoch. Bleib bei einer Tür. Da ist ein Vic. Jetzt geht's hin. User hat dein Kanal mitgebracht. Na Mädels. Hi. Wir sind gerade 2 gegen 5 im HQ-2. Ja. Das ist sehr gut. Da komm ich doch gerne. F***ing Camper! F***ing Camper sagt er Wollt ihr drinnen oder draußen? Wir sind drinnen Aber das ist nicht so gut, ne? Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Hat er mich grad verledigt? F***ing Noob-Glock? Keine Ahnung Ich hab's... Oh, störe ich grad Ich kann auch einen anderen Channel Wenn ich einen störe Geht Zwei Zwei Einer läuft hier rechts von mir auf jeden Fall Rechts von dir? Die stehen jetzt gleich drüber direkt vor der Tür Ist da die im Glitzschrank? Lass mich vorher, lass mich zuerst schlammen Du musst halt...wär ich links, also... Oh, den hab ich erwischt Ja? Den hab ich erwischt 100 pro, da wär ich voll drauf Ich seh keinen Beluten oder so Was? Ich guck nochmal Links sozusagen, wenn er jetzt rausguckt Links steht denen da mit der SGS, pass auf Ja, steht...ne... Ich zähl auf den, der rechts an der Tür steht Links steht ein Auftrag Er hätte zeigen getroffen, da hätte ich schrien Ja, Mann! Zwei sind tot, Ecke! Zwei sind tot! Ja! Ja! Das sind ja bloß noch zwei halbe Bambis Ne ne ne, Einer mit der SGS ist noch da Ich glaub du hast die zwei halben Bambis getötet Hehehehe Oder den Einer mit M4 Schau mal jetzt, darf ich jetzt mal mit runterkommen? Boah, ich zitter auch So ein bisschen Liegt da Oh ja, das ist gut Haben die M4 Munition? Ich hab M4 Munition gesammelt Ganz viel Oh Gott sei Dank Ich komm nicht zitieren Die Tür zu machen Ja, ich mach Den möchte ich auch nicht sterben Einen hab ich Euren Kopf geschossen Sehr gut Was in der andere Ecke, siehst du den? Einer ist aber gleich rechts Wenn du rauskommst Rechts An der Wand Lehn dich so rum am besten Überleg, ob ich die Tür zu machen Weil ich weiß nicht, ob da noch einer ist Oh Ah lol, das war die Leiche Ja Wie viel haben wir denn jetzt? Drei Leute haben wir getötet Ja, der steht hinten an der Garage am Ende Ich weiß nicht, wo der andere ist Mach erstmal die Tür zu Guck mal Ich glaub's ja nicht, ey Er hat nur ne Pistole, Mensch Denn, denn Warte, ich mach die Tür auf Wenn du rauskommst rechts Ganz rechts an der Wand Er blutet Ja, der ist ohne Macht gefallen Okay Versuch Oh, Alter, schießt das auf mich Das schießt das Ich bin an Mach die Tür zu Ich weiß nicht, ob du blutest Ich guck, ob du blutest Scheiße Wo war der jetzt? Äh, der hat von links geschossen Von gerade runter oder so Geradezu glaub ich Ich versuche nicht mal schnell zu verbinden Ich versuche dich mal schnell zu verbinden Okay, dein Blut ist auf jeden Fall nicht mehr. Okay, na cool. Dann konzentrier dich auf der Tür einfach erstmal. Ich glaube der ist hinterm Haus. Nee, ist er nicht mehr. Der ist in der Django. Ich bin da, ich bin da. Er ist da, er ist da, er ist da, jawohl. Yeah, Baby. Habt ihr alle? Nee, einer ist noch da. Einer ist noch. Ich guck mal oben, bleibst du an der Tür? Jawohl. Guck ruhig auf die Tür. Oder mach einen Schritt nach vorne, ich setz mich in die Ecke. Mach mal einen Rundumblick kurz. Na, dann... Ich seh den Mund, ich guck, der ist direkt... Genau, auch vor uns, da. Warte, ich schau mal. Ich seh nichts, ey, Mann, was ist denn... Ja, hier links um der Ecke, direkt vor der Zelle sitzt er. Direkt vor der Zelle, dann geh ich mal in die Zelle. Da hab ich gerade den anderen auch geholt. Ich würd die Tür öffnen und würd den... Na, warte mal, ich versuch das mal so. Mach mal. Er sitzt direkt, direkt vor der Zelle, direkt da drunter. Ja, ich seh's, ich seh's, der hat... Er hat nur ein Magnum in der Hand und ein SK ist auf dem Rücken. Wenn wir beide rausrennen und einfach mal losballern? Oder einzeln? Ich kann auch versuchen, ob er aufgeben will. Put your weapon down, you're just alone. 5 on 2. 5 on 2. You get loose. Put your weapon on the ground, or you die. In front of the jail, put your weapon down. Er rennt weg, er rennt weg. Los, hinterher, komm hinterher, komm hinterher. Ich geh links rum. Ich auch. Oh, da sind noch zwei, da sind noch zwei, zurück, 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 zurück. Lebst du noch? Ja, ja, aber ich hab jeden einen Schlag abgekriegt. Bist du drinnen? Ja, ich muss nachladen, ich stehe an der Tür. Okay, rein, 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 es sind noch zwei. Nice. Ah, ich hab einen kleinen Schlag abbekommen. Erinnere auch wieder hinterher und beobachtet die ganze Zeit, was wir hier machen. Weiter. Seht ihn leider nicht. Seht gar keiner. Halt, du mal die Tür, bitte. Guck du auf die Tür. Nee, einfach nur gucken, ähm, nicht, was einer rinkommt. Soll ich einfach mal probieren, zu euch zu rennen? Wo bist du denn? Ich war wieder tot, ich bin in Svetlayask. So, dann kannst du versuchen. Was, du bist schon wieder? Ja, es hat nicht gespeichert vorhin. Nein. Wir haben reinkriebt und es nicht gespeichert worden. Hammer, oder? Oh, kacke. Siehst du was? Sehr nix. Sind die denn hin? Wo sind die ausgelockt? Nee, sind sie nicht. Ich erinnere einfach nur zum Erfrieden. Das ist, glaube ich, nur hier. Ah, wir hätten uns nach Süden weiter verziehen sollen. Denken wir, wir sitzen vielleicht noch drinnen, versteckt? Oh, ich sehe noch nichts. Hallo, es sind jede Menge Leute. Ja, die sind alle bei uns gewesen. Wir haben jetzt vier? Ich habe die die übrige nicht getroffen. Ich glaube, ich habe die nicht getroffen. Es waren auf jeden Fall zwei. Einer mit meinem Vierhalten noch und einer mit dem Magnum. Ich habe von der anderen Seite geschossen in dem Moment. Ach so, hast du die getroffen? Weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Ich sehe auch keine Leichen oder so. Drei Leichen liegen vor der Tür auf jeden Fall. Sind es Deutsche? Ja. Einer davon hieß Markus. Wie viele sind hier? Hallo. Friendly. Ist vorne eigentlich Freigetrie? Das ist jetzt da. Wenn das doch mal in 80... Can you help me? Ich probiere nicht, dass der hier in der Garage sitzt. Jetzt sehen wir doch, ob der in der Garage sitzt. Oh, alt. Schön, nicht? Nein, wie jetzt sind alle meine fünf Mountain Backpacks kaputt. Und wer? Und wer? Sie haben sich zurückgezogen. Ja, sechs gegen zwei, vier genutzt. Wir sind am Leben. Was will man mehr? Achtung Leute, da kommen zwei Richtung... ...vom Svetloyask Richtung... Ja, das ist noch kein Zweiteck. Ähm, äh... Die haben mich gerade umgebracht. Bambi-Killer. Es... ...ist keiner mehr hier. Die sind ausgelockt. Sicher? Ja. Wollen wir mal gucken? Jetzt noch mal. Links rum. Hier anders rum. Und ausgelockt. Wie schlecht. Höre, ne Sonne da.